Ich habe nachgedacht. Ich werde den Club nicht für immer führen. Ich habe ihn aus dem Nichts aufgebaut. Das ist unsere Familie. Du und ich, Kleiner. Von Anfang an? Ja, bitte. Es war eine goldene Zeit für Biker. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so im falschen Film gefühlt. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Es hat mich glatt umgehauen. Ich bin Benni. Fünf Wochen später habe ich ihn geheiratet. Ich habe gedacht, ich könnte ihn ändern. Weißt du? Nicht ganz und gar. Ich meine nur... Oh Mann, er war echt wild. Hey! Ich sagte, zieh die Kutte aus. Bevor ich die ausziehe, müsst ihr mich schon umbringen. Was ist mit der Bahn? Fackel sie ab. Der Club wurde sehr schnell richtig groß. Sie machten Geschäfte mit Drogen, Glücksspiel, Prostitution. Geht es bei dem Club jetzt bloß noch darum? Ich will, dass du aufhörst zu fahren. Verlang das nicht. Benni. Ich brauche dich. Du kannst ihn nicht haben. Wenn er Motorrad fahren will, wird er Motorrad fahren. Ja, ich meine nur. Denk einfach mal drüber nach. Ha.